Hallo liebe Leute, folgen geht es um ein paar Gedanken zu dem Kompaktverbot. Kompakt wurde komplett verboten, das Magazin, die Internetpräsenz, also auch der YouTube-Kanal, die Internetseite, ist alles nicht mehr erreichbar. Schauen wir uns zunächst einmal an, was in Deutschland erlaubt ist. Also über Jahrzehnte erlaubt es mit System, immer erlaubt es. Was ist hier bei diesen Covern auffällig? Donald Trump wird ohne Gesicht gezeigt. Das ist ganz klar ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Im Grundgesetz ist festgeschrieben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und selbst wenn es sich um den größten Verbrecher handelt, diese Art und Weise Menschen ohne Gesicht zu zeigen, es geht gegen den Mensch an sich. Seit Jahrzehnten wird das toleriert. Und es wird dann abgetan mit, ja das ist ja halt Provokation, Titel sind ein bisschen reißerisch, das macht ja nichts. Vor Gericht ist auch durchgegangen, AfD da töten. Das ist bewusst doppeldeutig. Und der Vorwurf, der Kompakt hier gemacht wird, ist, dass Jürgen Elsässer gesagt hätte, Sturz des Regimes oder Diktatur, Corona-Diktatur. Und wir wollen, ja wir sind gegen das Regime. Und das würde sich dann gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Und es ist natürlich offensichtlich, dass Jürgen Elsässer nicht die Regierung stürzen will, sondern dass er was anderes meint. Also soweit ich das Kompakt-Magazin kenne, ist es im Gegenteil das Magazin, das sich am meisten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt. Und sich da sehr stark abtippt von den großen Medien, die sich nicht für die demokratische Grundordnung einsetzen, sondern im Gegenteil sie mit Füßen treten, die Menschen täuschen und dafür sorgen, durch ihre Kartellartiges verschweigen, dass die Demokratie hier nicht funktioniert. Dass Menschen dämonisiert werden, dass ganze Länder dämonisiert werden, dass das Allgemeinwohl gefährdet wird, der Frieden gefährdet wird. Jedenfalls ich persönlich regebe mich natürlich unglaublich auf, aber die Frage stellt sich, wie kann man jetzt weitermachen? Und vor allem, was kann man tun, dass einem selber das nicht passiert? Und hier muss man erkennen, dass es mit zweierlei Maß gemessen wird. Und in dem bei dem einen ganz genau hingeguckt wird und man versucht, alles möglichst negativ zu interpretieren, auch bewusst fehl zu interpretieren und man dann darauf hofft, vor Gerichte mit durchzukommen. Wobei sich das jetzt ja zeigen wird. Und aus meiner Sicht ist der Angriffspunkt bei Kompakt, dass sie natürlich, sie wollen Absatz machen, deswegen machen sie reißerische Schlagzeilen. Und aus meiner Sicht sollte man darauf verzichten, zugunsten von Präzision. Also immer noch reißerisch von mir aus gerne, man muss präzise sein. Und zur Präzision gehört, dass man auf Vergleiche verzichtet. Weil die Geschichte wiederholt sich nicht. Also wenn man beispielsweise sagt Stasi 2.0 oder Corona-Diktatur, Diktatur ist auch ein geschichtlicher Begriff. Aber das, was wir hier haben, dafür gibt es keinen Begriff. Weil Geschichte wiederholt sich nicht und es wird natürlich absichtlich kein Begriff dafür eingeführt. Weil das ist ja ein Teil, in dem man die Bevölkerung sprachunfähig macht. Also indem man nicht darüber reden kann, kann man es nicht benennen oder kann man es nur schwer benennen. Und wenn man dann Begriffe verwendet wie Diktatur, dann können die großen Medien sich sofort draufschützen und sagen, es ist ja hier gar keine Diktatur, es ist ja Blödsinn, was du erzählst. Also das ist der Trick. Und hier muss man sich selbst Begriffe schaffen. Und was ich jetzt gewählt habe für die Situation hier, ist nicht funktionierende Demokratie. Also das trifft es für mich und ich sage auch nicht, die Medien sind gleichgeschaltet. Weil diese Gleichschaltung, das ist auch ein geschichtlicher Vergleich zu den Nazis. Sondern ich sage kartellartig, um möglichst keinen Vergleich zu bemühen. Also ich sage, die Medien berichten kartellartig, verschweigen sie. Damit versuche ich, ihr könnt ja schreiben, ob ihr es noch besser benennen könnt. Also ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge. Aber ich versuche zumindest bewusst auf geschichtliche Vergleiche zu verzichten. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, die Medien sind gleichgeschaltet, dann ist natürlich der Aufreger viel größer. Weil das denken alle an die Nazis. Aber genau das macht einen auch angreifbar. Dann sagt man, ja das ist ja Unsinn, das ist ja doch heute gar nicht wie damals. Das ist doch ganz anders. Und dann wird man so vorgeführt. Und das kann man bei jedem geschichtlichen Vergleich, kann man das zu einem gewissen Grad machen. Weil man, weil sich Geschichte nicht wiederholt. Oder auch wenn man von einem Regime spricht. Es ist mir, ich glaube ich weiß schon, was Jürgen Elsässer meint natürlich. Aber Regime, dann kann man natürlich sagen, ja die Regierung ist doch keine Zyklatur. Man kann doch frei wählen. Und das hat doch alle, jeder hat doch seine Rechte, seine demokratischen Rechte. Und dann ist es sehr leicht für die großen Medien, auch für die Regierung, Kritiker als Dummschwätzer hinzustellen. Und deswegen sollte man diese Vergleiche heranzuziehen. Natürlich, man möchte einen Aufreger haben und es ist natürlich auch zu einem gewissen Grad ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man sich intensiv über Sprache Gedanken macht. Man sich genau überlegt, was sagt man. Und umso mehr, umso präziser man ist. Und man kann natürlich immer noch präziser sein. Desto weniger ist man angreifbar. Und aus meiner Sicht, kompakt wäre das nicht passiert. Ich kann es natürlich, ist nur meine Vermutung. Wenn man auf diese Vergleiche verzichtet hätte. Aus meiner Sicht, es hätte gereicht. Also, es ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack. Aber ich brauche dieses Reißerische nicht. Mir reichen interessante Titel, wo auf einen interessanten Sachverhalt hingewiesen wird. Ich brauche da nicht Stasi oder irgendwas Diktatur. Ich denke, man sollte da nicht versuchen, das Reißerische auch im negativen Sinne von den großen Medien zu kopieren. Überhaupt die großen Medien in ihrer Art und Weise zu kopieren. Sondern ich will andere Medien konsumieren. Ich will sachliche, neutrale Medien konsumieren. Unaufgeregt. Wenig emotional. Ich möchte keine Emotionen haben. Ich möchte sachlich informiert werden. Und mir meine Meinung vernunstorientiert bilden. Und es soll auch keine Kritik sein. Ich verstehe ja, kompakt, sie müssen sie auch verkaufen, um sich finanzieren zu können. Aber es ist natürlich klar, dass umso reißerischer man ist, umso mehr Aufreger man hat, desto eher ist die Verführung oder desto eher glauben dann Leute wie Nancy Faeser, dass man verboten werden kann. Das wird sich natürlich jetzt zeigen. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen für Nancy Faeser. Wenn sie tatsächlich vor Gericht verlieren und angesichts der Cover, der vorher gezeigten Cover, aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass sie verlieren. Wobei natürlich jetzt ist natürlich, ich weiß nicht wie lang, wie jetzt die Prozesse sind, wie lang jetzt die ganzen Webseiten dauern, sind das natürlich für kompakt ein riesiges Problem, dass sie jetzt, ja, dass sie jetzt nichts verkaufen können. Aber trotzdem, wenn sie verlieren, wenn die Bundesregierung das verliert, dann wäre es für Nancy Faeser katastrophal. Aber trotzdem sollte man aus meiner Sicht versuchen, so wenig Angriffspunkte wie möglich zu geben. Also keine Vergleiche zu bemühen, dass also vor Gericht es vollkommen aussichtslos ist. Und wenn es vollkommen aussichtslos ist, am besten macht man es aus meiner Sicht dann, wenn man komplett ausgeschwiegen wird von den großen Medien. Weil das ist dann das Einzige, was sie machen können. Das alles soll aber natürlich nicht heißen, dass ich es nicht extrem schlimm finde und extrem ungerecht finde und ich mich nicht unendlich schäme für Deutschland, dass sowas möglich ist, dass kompakt jetzt verboten wird. Also ich kenne natürlich kompakt nicht vollumfänglich, aber ich kenne es noch zu einem guten Grad. Und aus meiner Sicht ist es im Gegenteil so, dass kompakt viel mehr als die großen Medien, oder im Gegenteil zu den großen Medien, die freiheitlich-demokratische Grundordnung erhält und nicht ihr schadet. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sich sonst reinfällt. Macht's gut! Und dann geht es um den großen Medien, die freiheitlich-demokratische Grundordnung umfänglich-demokratische 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 Grundordnung umf